Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ganz schön arrogant und ruppig, die Herren von der berühmten Davidswache. Bei ihm lautet es lieber zu. Wieso? Höhe. Hier spielt die Musik. Aber ich hab nichts gesagt. Nicht so hastig. Also er sagt, er ist getreten worden. Was sagt ihr dazu? Sportalarm. Von Polizeirevier 15 an Zentrale. Gesucht wird wegen Raubes und Verdacht des Mordes unbekannte männliche Personen. Circa 1,78 Meter groß. Haarfarbe mittelblond. Alter zwischen 35 und 40. Vorsicht! Der Täter trägt Schusswaffe. Polizeirevier 15 Ende. An Zentrale, erbitten Verstärkung. Sie drehen sich jetzt um und gehen ein paar Schritte. Kleiner Unfall. Genau. Was heißt solche Unverschämtheit? Mischen Sie sich doch nicht in meine Privatangelegenheiten. Was haben Sie denn erwartet, als Sie nach St. Pauli gingen? Haben Sie geglaubt, Sie würden dort wie in einem Mädchenpansionat behandeln? Haben denn Männer immer ein Brett vor dem Kopf? Wir sind bescheiden. Ich bin in momentaner Verlegenheit und brauche ein bisschen Geld. Wenn Sie heute 34 Mark bekommen haben, wo haben Sie denn das Geld gelassen? Was geht Sie denn das an? Das braucht nichts anderes im Kopf. Nicht so. Bisschen was musst du schon ausziehen.